Jeden Tag 5 Stunden reingehst. Ja, safe, safe, safe. 100%. Warlex. Warte mal, sind wir da? Ach, sorry, Kevin. Ich dachte, wir gehen zu dem... Ich hab voll nicht gerafft, dass wir Trios spielen. Hm, alles gut. Ich bin mit dem Casualier zusammengegangen. Ah, du hast den revenged oder wieder derselbe, glaube ich. Oh, kruch. Oh, das tut weh. Schade da. Vollstreck, kein Gulag, es tut mir leid. Ich hab Jensi gedemütigt. Hast, sind die gut bei dir? Keine Ahnung, stimmt nicht. Okay, okay. Noch eine über mir? Ey, er ist hier im Fenster. Oh mein Gott, pass auf, Leo. Da war noch einer drinne. Noch einer? Loll. Digga, was haben die da gemacht? Die haben zusammen geduscht, aufentspannt. Seh ich. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Jetzt zu deiner Frage, ob die gut waren, mit Sicherheit nicht. Digga, die haben einfach hier geduscht. Tactical Douching. Alles gut. Ja, das rein. Let's go. Der Typ war einfach die Pflanze, ey. Kompleite Pflanze. Äh, ja. Ich weiß nicht, so auf der Drohne war nicht mehr was, nicht viel irgendwie, ne? Der Sweat, der macht das. Ja, ich komm nicht auf sein nicht vorhandenes Dreierplate. Der fightet halt seit 10 Minuten da irgendwie, ah, na bement. Ah, Ripp an dem Bray. Zeitüberschreit? Ach ne, das war der. Das war der Gegner von uns, Ausbruch. Aha. Das heißt, Lodys kommen gleich. Boah, da wird's gleich scheppern hier. Da wird's gleich kommen, wir können komplett die Lodys abcappen. Die landen direkt bei uns. Müssen maybe in Haus weiter. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Haus weiter? Ja, da vorne. Da ist das Haus, da müssen wir hin. Jetzt kommt der Ausbruch. Da wird's so scheppern, der landet auch direkt drauf. Ich glaub, da ist ja niemand. Kannst du kurz in Luft gucken? Kommt unser Maid nur. Ja, meine. Komplett aufm Dach. Alles. Noch mehr oben. Angriff erfolgt. So ein Team mit der Arm. Hab einen Knocked oben. Einer Knocked am Lodi. Feindliche Drohne im Einsatz. Auf geht's selbst, denk ich. Auf geht's selbst, denk ich. Auf geht's selbst, denk ich. Let's go. Er quittet halt einfach, er belief nicht. Ich werde angeschaut. Auf geht's. Er hätte sogar Ghoulak gehabt, eigentlich. Hm. Ich werde angeschaut von oben. Kann sein, dass die hinter mir kommen. Kannst du mal hinter mir gucken? Ich gucke. Ich werde von überall angeschaut, Bro. Ich bin, Hilfe. Die sind in dem roten Haus. Hier, hier, hier. Wir sind komplett im Sandwich gerade. Komm hier rein, komm hier rein. Oh, ist gut. Hier bin ich gut, hier bin ich gut. Close. Bin da. Besser. Made hidden. Locked. Da ist noch was, da ist noch einer. Ja, ich prezi das. Wollen wir da hin, maybe? Ja, können wir. Come on. Wir müssen nur so bleiben, dass wir von links safe sind. Wir sind von links angeschaut. Links angeschaut? Ja, lass einfach weiter, lass erst. Die können nichts machen. Müssen rein. Ich muss noch warten. Ja, rechts vor mir. Rechts. Down. Äh, ich hab... Absturz, glaube ich. Nein. Natürlich. Dann, wenn die Hunde mal gut läuft. Ich hab Standbild. Das ist Bonus. Lebe ich noch bei dir? Du lebst noch, ja. Ja. Vielleicht ist das auch die Elgato, maybe? Nein. Das geht dann immer aus. Das ist ja wohnlos. Du stehst, du läufst auf jeden Fall. Du stehst hier einfach nur. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Und das Standbild von mir ist auch ein gutes Zeichen. Ah. Ne, wir sind Zeitüberschreitung. Ah, ok. Dann war's wirklich. Schade da. Schade da. Schade da. Schade da. Habt mal einfach Spaß, oder? Ja. Die Vorratskissen sind wieder aufgefüllt. Rüstet euch auf. Bodenlos. Ich weiß nicht. Bisschen weird gerade. Sehr weird. Bodenlos. Ah, die Lobby laggt aber auch ein bisschen. I don't know. Vor allem bei mir ist immer noch. Ach so. Ich kann das Spiel einfach schließen. Ja, ein bisschen. Okay. Ah ja, ok. Schade an der Stelle. Es gibt manchmal Death Arrow, die sind halt quasi die Death Arrow, dass du nur ins Menü kommst. Das ist Wahnsinn. Mir kracht's komplett ausgiebig. Das ist sehr schade. Melden. Ja, schade da, Kevin. Mhm. War eine gute Runde. Also guter Start auf jeden Fall. Ich bin aber noch. Ich bin auch zu. Ja. Safe was unter mir. Ja. 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 Wie machst du das jetzt? Ah, das ist ja meine 10er self. Junge, das kraft ist ja komplett bei dir. Ja. Jupp, der ist geflogen und der macht wieder self oder was? 100% hat er self. Wie ist das passiert, wie konnte er das überleben? Er wollte einfach hoch, er wollte einfach auf die Leiter hoch. Alles gut, gar kein, ich höre dich nicht, gar kein Thema. Doch, doch, okay, ah, angeschaut. Die haben auch alles, irgendwie präzis alles. Ich bin halt jetzt dead, weil dieses Haus da hinten mich angeschaut hat. Das ist der mit der krassen Stimme, ja. ASMR Flash. Hallo. Jo, einfach Kobe Bryant mit der Nate. Ich denke, als ob du das jetzt in der Solo holst. Ich bin hier raus. Alles gut, dass die Fighten enden. Ich habe halt keine Hausmänner und die sind im Haus noch drin. Das Problem ist, ich habe halt rechts komplett Probleme jetzt. Hm. Digga, zack. Drei einzelne. Ja. Wir müssen keine Blades mehr. Vor allem jetzt was, wie viel Damage ich plötzlich bekomme. Oh du bist... Die Blades haben sich gelohnt. Ich habe zwei noch. Einer. Ich bin jetzt nicht so. Ich habe zwei die Beine. Ich habe zwei die Beine ausgelöst. Ich habe zwei die Beine ausgelöst. Jetzt ist es bei der Beine ausgelöst. Schau. Wir sind jetzt der Beine ausgelöst. Okay, GG's.